Hi, wir machen weiter. So, aber wir machen noch nicht ganz weiter. Achso, ja, der ist Billard spielen. So, ich mache jetzt erstmal etwas, worum ich ja lieb gebeten wurde, es mal auszuprobieren. Das musste ich mir auch erstmal aufschreiben, weil das hätte ich mir nie merken können. Nein, so weit reicht mein Gehirn nicht. Okay, so, wenn meine Maus funktionieren würde, das liebe ich gerade so ein bisschen. So, ich sollte zweimal auf den Kaufmodus klicken. So, jetzt soll ich auf Wohnzimmer klicken, das ist das, ne? Okay, dann soll ich auf Verschiedenes gehen. Und dann sollen da zwei Genieflaschen sein. Ja, aber ich habe nur eine. Ja gut, ne? Ja, sorry, es ist nur eine. Also ich schätze mal, dann geht das auch nicht. Ja, sorry. Also, ne? Ich habe es ausprobiert. Tut mir leid. Ich weiß nicht, wenn ich was falsch gemacht habe, dann gib mir bitte Bescheid. So, okay. Das zum ersten Mal. So, gut. Willkommen zurück zu den Sims. Ähm, wir wollten ja jetzt so richtig mit Megastar reinhauen. Ich hoffe, meine Maus bleibt jetzt freundlich. Die hat gerade so ein paar Aussetzer. Ne? Ich finde das richtig dämlich. Äh, ich habe jetzt meinen Rechner äh, viel näher, also viel näher als vorher jedenfalls, äh, an der Maus eigentlich. Also die Entfernung ist kürzer. Aber die Maus funktioniert jetzt schlechter als vorher. Ich finde das sowas von dämlich. Tut mir leid. Also, dafür habe ich absolut kein Verständnis. Ne, will jetzt spielen? Im Pyjama? Okay. So. Ja, ich würde mal sagen, das Anfang noch erstmal seinen Spaß schneller auffüllt. Oh Gott, das ist ja furchtbar mit der Maus gerade. Ach, jetzt willst du wieder Billard spielen? Ne, komm. Geh mal fernsehen. Oh, ist das furchtbar, ey. Da muss ich gleich echt mal was machen mit der Maus. Ich kann gar nicht richtig drücken. Und sonst was. Ey, das ist ja schlimm. Was ist das für ein Vieh schon? Wer? Was willst du denn? Geh irgendwas Nützliches machen. Ja, schlafen zum Beispiel. Ja, komm, er geht jetzt auch schlafen. Vorher machst du das Ding noch aus. Denn du musst fit sein. Denn mit dir will ich ja in den Studio parken und dann erstmal so ein bisschen die Karriere aufbürsten. Ich weiß auch gar nicht, ob das irgendwann weggehen kann. Wenn dann da irgendwie steht. So. Ja. Du hast ewig nichts getan. Geh weg. Nein, nicht schon wieder Hasen. Das sind für mich Hasen. Kranickel, wie du uns. Ja toll, die kommen aber nicht da dran. Ha! Schlecht. Gott, mein armer Butler, der ist die ganze Zeit beschäftigt. Du sollst aufwachen. Mehr verlange ich gar nicht. So, dann. Alter. Ja, toll. Mann, hallo. Oh, ist das schlimm, ey. Mann, meine Maus. Du musst unbedingt gleich nachgucken. Jedenfalls ein bisschen verbessern. Da war das Geräusch wieder. So, dann kann es benutzen. Nein, bitte jetzt keine Ablenkung für ihn. Du kannst das mal anders putzen. Okay. Und dann fahren wir jetzt los. Taxi hoch im Studio park. So, es ist zwar mitten in der Nacht, aber naja. So, ihr seht doch schon, wir haben jetzt ein anderes Auto. So ein weißes. Also, das kommt, glaube ich, auch ab einem bestimmten, nicht ab irgendeinem, nach einem bestimmten Joblevel, also in den halt, in den normalen Jobs halt, kommt dieses Auto dann auch, glaube ich. Ich glaube, hier fangen sie nur schon mal damit an, weil das dann am Ende so eine riesige Limousine ist, glaube ich, wenn man fünf Sterne hat. Müsste jedenfalls so sein. Okay. So. Ja, wir müssen natürlich klein anfangen. Wir können nicht einfach jetzt hier irgendwie als Model arbeiten. Warum nicht? Geht nicht. Ähm, ich brauche sowas. Ja, ich muss halt mit sowas wie Karaoke anfangen. Das habt ihr, glaube ich, da auch gerade im Bild gesehen, ähm, dass man so mit Null Sternen, ja, sowas halt in Angriff nehmen soll. Ist aber auch eigentlich ganz lustig und eigentlich auch immer erfolgreich, wie ich sagen muss. Und ich hasse diese Maus gerade. Sputze! Ah, Moment. Ich besetze sie mal kurz. Hm. Funktioniert gerade besser, aber... Oh Gott, ist jetzt schnell. Oh Gott, ist das furchtbar. Äh, jetzt habe ich den Faden verloren. So, wir werden... Oh, ne. Rock. Auf jeden Fall Rock. Oh, da ist ein Star. Wer bist du denn? Parki... Ich glaube, da habe ich mir das letzte Mal schon drüber aufgeregt. Okay. Unser Anton wird jetzt anfangen zu singen und in der Zeit werden, hoffentlich, ähm, Leute halt hier reinkommen und, äh, für ihn applaudieren und ihn halt toll finden. Und dadurch steigt halt so sozusagen halt dieses Fame-Level, nenne ich das jetzt mal. Also man kann das nicht sehen, wie schnell das steigt und so. Man muss halt so die ganzen Reaktionen abwarten. Und da kommt auch schon ein Zuhörer. Und ich hoffe, es gefällt ihm. Ja, es gefällt ihm. Das ist, äh, lässt sich immer sehr leicht erkennen. Wenn in dieser Denkblase da, äh, halt der Kopf drin ist, dann ist es gut. Wenn der Kopf mit durchgestrichen ist, dann ist es schlecht. Ja, dann machen wir direkt weiter mit dem Dance-Mix. Glückwunsch, Anton Fungi. Aufgrund deines letzten Erfolgs im Studio-Park steigst du in unserem Star-Chart ein Star-Level höher. Jetzt schon? So schnell? Ich entsinne mich, dass das viel länger gedauert hat, bis ich irgendwas bekomme. Fußabtreter. Was stand da vorher nochmal? Ich weiß es gar nicht so ganz, aber ich... Das klingt irgendwie netter als das hier. Die meisten Hunde im Studio-Park werden besser behandelt als du. Und dein Gehalt ist genauso niedrig wie dein Star-Einfluss. Konzentriere Dein Witzpunkt und Frustration auf deine Arbeit. Dann wirst du eines Tages ganz gut rauskommen. Ja, jetzt haben wir hier so ein... Ich glaube, das ist so ein... Das wäre so ein... Äh... Shooting. Müssen wir mal gucken. Also, dass das so schnell geht, das hätte ich jetzt echt nicht gedacht. Nur weil ich jetzt einmal hier so... Ein Auftritt hatte, das ist ja echt ein bisschen übertrieben. Komm, danach machst du nochmal ein bisschen Big Band. Aber wir haben ja gerade auch nicht so wirklich die Zuhörer, ne? Ihr seht schon, das gibt dann immer so ein bisschen Plus halt fürs Sternchen. Aber man sieht das halt auch nicht so gut. Also, das heißt, man sieht es nicht gut, man sieht es gar nicht. Denn in Beziehungen kann man ja wenigstens immer die Punkte danach gucken, die Zahlen. Aber hier kann man das gar nicht sehen, leider. Leider, leider. Boah, das hört sich furchtbar an. Ich will nochmal eine Ballade hören. Er will nochmal eine Ballade hören. Fünf Mäuse, super. Oh Gott, das hört sich ja furchtbar an. Ja, hi. Oh Gott, die sind hier noch so verpeilt im ersten Teil. So, warte, jetzt kommt aber noch Country, dann haben wir alles durch. Ja, wenn du Hunger hast, dann isst doch was. Timo. Timo mit Haar? Das hätte ich nicht sagen sollen. Jetzt ist er beleidigt. Oh nein! Okay, das hört sich auch noch Country an. Ich will da rein! Aber das Gesinge, das hätte ich weglassen können. Oh mein Gott. Ja, okay, vielleicht sollte ich das nächste Mal nicht nachts vorbeikommen. Ja, wir haben noch kurz einen Zuhörer. Und, mag er uns, mag er uns, mag er uns, mag er uns? Ja, er mag uns, noch ein Fan. Jiii. Jawoll! Glückwunsch, Anton Fungi, aufgrund deines letzten Erfassens Studio Park. Erste, da steht immer alles das gleiche. Jetzt haben wir einen Stern. Ja, Insider. Voll gut, das ist immer das Geräusch dann, als wenn man befördert. Ja, gut, man wird ja auch eigentlich befördert. Ich soll doch mal auf hier rumzuruppen, ey. So, ich will jetzt nach Hause fahren, was? Die Rede über andere anhören, ey. Fahr mal nach Hause, ich hoffe, die werden hier dann auch fertig. Was ist das denn? Ey! Ich will das sehen. Ach, Holger. Ja, Holger ohne Nachnamen. Boah, was hier jetzt schon für eine Schlange stand? Boah, dass die hier ewig rumhupen müssen. Na ja, ist ja furchtbar. Oh, wir haben jetzt schon ein anderes Auto, seht ihr da? Jetzt haben wir schon eine Limousine, also... Ich habe das irgendwie viel, viel länger in Erinnerung. Das ist ja richtig heftig. Hallo? Was soll das jetzt? Und sie meint, sie kann einfach baden. Ja, na klar. Was glaubst du eigentlich, wer du bist? Na gut. Ja, ihr habt jetzt schon gesehen. Das geht erschreckend schnell. Was war das jetzt eigentlich? Es ist Zeit, die letzten Illusionen zu verlieren. Dies ist keine magische Glitzerwirt, sondern ein knallhartes Geschäft. Du musst lernen, dich durchzubeißen, wenn du davon träumst, viel Kohle zu machen und haufenweise Autogramme zu geben. Werde kreativ. Ansonsten bist du bald von der Bildfläche verschwunden. Ja gut, aber was ist... Ah, das ist ein Tonstudio, glaube ich. Ja, ich kann ein Lied aufnehmen oder so. Klar, das geht auch. Das kann man, glaube ich, auch in diesem komischen Music Park. Sie geht nachts schwimmen. Und natürlich mit Hut wieder. Mit Hut. Ja. Das ist groß geschrieben. Ne. Äh, ja, dieser komische Music Park, da wo wir da gerade eben waren. Da kann man das, glaube ich, auch machen. Muss nur ein bisschen gucken, wo das ein... So, vielleicht ist es ja im ersten Stock. Da gucke ich nicht so oft hin. So, Mädchen. Dir geht's zu gut. Also, ganz im Ernst, dir geht's zu gut. Äh, ja, ich kann dir jetzt auch keine Aufgabe geben. Und meine Maus spackt schon wieder rum. Deswegen nutze ich mal jetzt diesen Moment. Und, äh, mache Feierabend für diese Folge. Äh, ja. Tut mir halt leid, dass, äh, dieser kleine Trick da mit dem Kaufmodus nicht funktioniert hat. Bei mir geht's anscheinend nicht. Da ist keine zweite Lampe. Wenn, sag mir, was ich falsch gemacht habe. Und ich probiere das nochmal. Ähm, ja. Ich bedanke mich trotzdem fürs Zuschauen. Und bis zum nächsten Mal bei den Sims. Haut rein. Ciao.